So, von der linken Seite, mit rechts, Kroos zieht den Ball zum Tor. Da ist Friedrich und da ist die Chance und da ist der Ball am Tor und da ist es Mario Gomez. Jetzt kann er endlich ein Häkchen hinter diesem Tor machen, sofort gibt's den Kuss, seinen inneren Frieden schließen mit dem Herrn Zappelstadion und diesem Vermalledeiten-Tor. So, jetzt hat er die Hoffnung, dass ihn diese Szene aus der Europameisterschaft nicht mehr verfolgt, der fällt in der Ball vor die Füße und wahrscheinlich vor drei Jahren hätte er den auch mal irgendwie verstolpert. Jetzt geht er rein nach dieser starken Saison bei den Bayern, Bundesliga-Torschützenkönig und mit neuem Selbstbewusstsein und an diese Szene hier, dieses Küsstchen für den Posten werden wir uns wahrscheinlich noch eine Weile erinnern. Mario Gomez. Löw hat gesagt, er hätte ihn spielen lassen, er hätte ihn wahrscheinlich mit Klose gemeinsam spielen lassen, wenn sich Miroslav Klose nicht verletzt hätte. 1-0, kurz vor der Pause, Baumgartlinger, Hofer versucht sich da im Rücken von Friedrich wegzuspielen, derweil Alaba ganz frei ist. Lahm eingerückt, Alaba und der Ausgleich durch Martin Arnig. Und das ist nicht unverdient. Keine Abseits von Arnig bei der Angabe. Und ist das wirklich Arnig gewesen, oder war das sogar ein Algentor von Friedrich? Ja. Algentor. Algentor durch Arnig von Friedrich. Der Versuch zu retten und sein langes Wein lässt dann neuer. Keine Chance ist das bitter, Arnig von Friedrich. Ein Länderspieltor hat er bei der Weltmeisterschaft erzielt. Und auf der anderen Seite... ...Lahm... ...und Gommes! Jawohl! Mario Gommes ist der Mann des Abends! 90 Minuten! Und in seinem Überschwang nimmt er jetzt auch noch eine Verwarnung in Kauf für Strikot aus dem Egal. Keine Abseits. Pogartez ist im eigenen Tor etwas näher als Thomas. Der startet perfekt nach der Hereingabe von Lahm. Und dann macht er es! Und die Klasse, die er bei Bayern München die ganze Saison gezeigt hat, bekommt er jetzt endlich auch in der Nationalmannschaft auf den Rasen. Es ist ja jetzt schon das dritte...